Aufnehmen, Alter. Oh, du willst aufnehmen? Ui! Ja, natürlich! Man kann mich älter, man kann mich älter. Greetings! Oh, yes! Triple Symmetra! Greetings! Oh, Standard-Dimos. Weiß was? Ja. Ha! Seid ihr Anfänger? Hecht! Meine Zapfhähne hier funktionieren noch. Bin nämlich mächtig, durstig. Oh, nee, Alter! Nee, Mann. Let's try it, let's try it. Symmetra! Wir brauchen Symmetras, Alter! Okay, wir haben drei. Kannst auch gern Roll-Roll-Roll-Roll-Roll-Roll-Okay, geil. Jetzt haben wir vier, oder? Jo, wir haben vier. Wir brauchen mehr Schilde. Wir haben vier Symmetras. Wipers, weißt du doch, wie man Schild-Generation macht. Warte, Leute! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Ich hab ne Idee. Hey, Guys! Guys, Guys! Please! Full Symmetra! Please! Roadhog & McCree! Full Symmetra! Please! Do it! Okay, ich hab ihnen gesagt, sie sollen Full Symmetra gehen. Gegner machen nix anderes, Alter! Machen die auch voll Symmetra? Ne, die haben... Ne, aber die haben auch Symmetra auf alle Fälle drin. Ne, aber die haben auch Symmetra auf alle Fälle drin. Einer von denen hat gelöstet. What the fuck, man? What the fuck, man? Genji! Wo ist er? Genji! Show mir die Ana! Genji! Ah, da ist die Symmetra! Ah, da ist die Symmetra! Ah, die hat mich! A Bouncing Lama! Fuck! Beton! Nein! Ein Inder hat versagt! Ein neuer muss geboren werden! Und ich bin wieder da! Wie geht die Lama! Wie geht die Lama! Wie geht die Lama! Jetzt merkt er! Ich habe verstanden! Okay! Mein Ultimate lag noch auf! Oh, yes! So good kill! So good kill! Genji! Ah! Vom her! Vom her schnuggel! Oh yes! Geil! Oh ja! Reflektiere mein Strahl, du Idiot! Wir sollten auf Eichenwalde aber eher mehr so Teleporter verwenden, ne? Eigentlich. Teilweise. Also später, wenn die Fracht am Ende ist so, oder fast am Ende, ne? Also in der Burg, da sollten wir dann wieder Schild benutzen und so. Nein! Oh Gott! Ja! Die Anna! Oh Gott! Die haben drei Genjis! Oh Gott! Oh Gott! Sie gehen sich! Was ist das für ein Teleporter, Mensch? Klasse! Klasse! Penne! Ich bin am Pennen! Scheiße! Mann, Alter! Die halten uns hier viel zu hart auf! Doch! Trau, waas, ich brauche zu sein! Oh! Ah! Oh! WeitD! Ich meinst теперь! Was ist denn am Long? Doch Das Dach geht nach vorne Bouncing Llama Eigentlich müsste er ja die ganze Zeit so rum springen So wie ich immer Bouncing 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 Symmetra Oh alter Die Gngs Was soll das Tötet sie Alle Ich stell gleich ein Schild auf Oh mann der Gngs Low Health Tötet ihn Yes Danke An Keine Ahnung wer ihn gekillt hat Ach na warum Nawamho Oder wie der heißt Leute wir müssen die Mellon echt da vorne bringen Aber die Gngs zerficken uns grad zu hart Er hat Er hat sein Tod akzeptiert Die Gngs Oh fuck Kann ich regenerieren Die Gngs Die Gngs Die Reichweite ist nicht groß genug Mann Verdrückt Was macht das denn Ich weiß nicht der will gar nicht nur träumen So wie hier Und ich hab ne 5x Komm wir machen den hier rein den Schild Okay hier in die Ecke Mann Mann Das ist kein Teleporter Das ist kein Teleporter Drück nochmal auf 3 Und dann setzt du einfach Einen Schild Ha ich hab die Schüsse von McCray geblockt Gebreit Mein Schildzone Mann Boah das so schnell Mann Alter wie die Oh ja Ab jetzt Ab jetzt Schildgeneratoren McCray hinter uns Ja wir müssen sie erst ein bisschen backpushen Dass sie weiter hinten sind Und dann können wir Schildgeneratoren aufstellen Ich hab meinen noch Ich brauch schon mal nach vorne boys Ich hab aber auch schon wieder Flut Oh Gott Genji Oh Gott Denk dir er kann mit der Moralität Und so weiter mithalten Oh Gott Scheiße schlafen Ja ich bin tot Ich hatte ne sieben Spieler killstreak Mensch Leute Ein Raum rein Und in ein und dann aufstellen Wir haben mit seiner Leiterung überwählt Wo was Wir müssen die Fracht bis an ihr Ziel begleiten Wir müssen die Fracht bis an ihr Ziel begleiten Oh In welchen Raum Ok ich schnell Jaa Ich bin Warte Weipers Wir sind zu übernehmen Tötet den Genji Ok gut Genau hier rein In den Raum Tötet die Symmetra Wir haben Torbjörn Wir haben Torbjörn Wo? Ah da hinten Wir müssen hier auch noch Turrets aufstellen Das ist so böse Ich hab's geschafft wieder zurück Ich hab's geschafft wieder zurück auch sehr gut ich hatte gerade angst würden wir den ganzen scheiß verlieren unsere 225 extra leben mann seid es weg mann scheiße die haben das wird jetzt noch schwierig ne oh jetzt bist du echt Diva alter du Losche ist ein Snickers alter wie die den Raum säubern alter so richtig langsam und vorsichtig weil wir das Ding komplett bei Turrets voll gepackt haben das wäre der Tote einfach nur reinzulaufen oh mein Gott wer ist das ja 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 jetzt weiß ich wieder er hat ja gesagt sehr schön wieso zauern die und so das ist nicht gut das ist nicht gut alles die Mäsche ist aber nicht gut oh man ja yes oh yeah der Genji ist weg weg zu weg zu Mäsche nein fuck er hat seine Ulti nur für mich und Vipers gewastet er ist der ok klar da war noch Vipers und strecken wir das jetzt auf und das sage ich dachte er hätte sie ich dachte er hätte sie mir für mich gewastet Raffe 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 ich hab ihn ich hab Junkrads da kommt ein Genji nicht zu kommen echt mich ne 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 wir haben jetzt selbst einen Schilfe und ähm ich will was für die Nerven Schilfe ist, den Topfus den Headshot zu geben und du den nicht killst ich versuch das jetzt mal Headshot geben und dann den nicht killen oh Gott, du spielst Hanso ja, ich will den Headshot geben und das hier nicht sterben das ist schon richtig abfakt wow vielleicht nicht mehr Torbjörn ich muss wieder genauer nein, 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 tötet mich nicht, tötet mich nicht doch immer du warst verteidigt den Teleporter verteidigt den Teleporter äh, geh grad durch, ist der weg oh man los Leute, wir haben noch 22 Sekunden, das schaffen wir einfach hinlaufen und eventuell noch ein Schild einfach mal ein Teil offensiv aufstellen so einfach nur zur Auflenkung ich kann den Headshot geben, das funktioniert ich kann den Headshot geben, das funktioniert ich hab mal jetzt viel Mann 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 Scheiße so ne kacke so ne kacke oh er schon wieder alter das ist der gleiche Genchi der gleiche Genchi der gleiche Genchi der gleiche Genchi der ist gut oh nein einfach alle Symmetras weggenatzt, alter und so hörte es auf es gab keine Inder mehr auf der Welt die letzten vier wurden umgebracht von einem Japaner na na oh mein Gott oh mein Gott woher bei die in da in Untertitelung des ZDF, 2020